Hallo zusammen und willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier noch immer in dieser Stammt-Schule. Ja, können wir eigentlich ganz gut benutzen, Kartoffelstamm oder sowas zu machen. Ich weiß es nicht. Das war zu spät. Ich bin wirklich zurück. So. Okay. So, Lord Assign. Meditieren. Und in einen Fähigkeitspunkt. Ähm, verlangsamen länger. Okay, was haben wir hier? Verteidigung verbessert sich. Dadurch erleidet er durch Angriff weniger Blockausdauerschaden. Kann ein Überkopfheber einen weiteren mächtigen Angriff ausführen. Und was haben wir hier? Greift keiner nach einem schnellen Ausweich meine Wand? Führt eine schnelle Trittattacke durch. Okay. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Dann kann ich noch ein bisschen mehr verlangsamen. Und aber mehr Zeit. Gefällt mir. Nicht so spät. Wir haben es jetzt gemacht. Achso. Hier ist ja nichts. Da können wir uns auch eigentlich mal schnell rausruhen, oder? Schalt hier nichts. Woher, woher? Okay. Hopp. Ich glaube, er hat Angst. Nicht das Glück. Feuerpfeuer. Ich bleib kurz zurück. Oh, oh, oh. Wir werden dich besiegen. Mach den fertig. Ich kann ihn kriegen. Wo ist denn der? Ja, okay. Ich kann dich ausschalten. Kein Problem. Hm. Schluss mit Ausweichen. Ich bleib an dir dran. Na. Sehr unfreundlich seid ihr, ja. Geht man so mit Gästen um. Hm, nein. Was ist es? Mantislackierung. Ja. Ist doch schick. Wo ich nur noch eine Option finden, mal wieder hier so eine Werkstatt aufzusuchen, wo ich das machen kann. Voll daneben. Boah, was ist aber gemein, ja, ey. War eigentlich nicht schwierig, aber gemein halt. Ich hab was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Oh, Mann. Oh, Mensch, Junge. So. Ist ja nicht, dass ich es nicht kann, ne? Es ist nur, dass ich so ungeduldig bin. Oh. Hier bist du. Es tanzt. Dieses kleines Ding. Da geht's weiter. Okay. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Wir sind hier richtig. Okay. Da geht's weiter. Und was haben wir hier? Nichts. Okay. Das Licht. Ich komm nicht durch. Yes. Soll nicht sein. Bisschen doof, oder? Da geht's weiter. Hups. 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 Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht seine Instinkte schaffen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Da ist noch so ein Ding. Sind sie verbunden? Hm. Da ist auch Plakata. Darüber. Ja gut. Gehen wir jetzt mal hier hin. Ein wenig Chancen ruhen. Und dann... Küken wir. Darüber denke ich. Das ist ein Ding, oder? Das ist ein Ding, oder? Das ist ein Ding, oder? Gehen wir mal erstmal hier runter. Vielleicht auch egal, wo wir runtergehen, als sich das alles verbindet. Hm. Hm. Oh, gleich zwei von euch. Mitten in die Fresse. Okay, dann geht's weiter. Ich hab aber hier noch nicht alles gesehen. Oh, grabe. Okay. Ah, was? Ich habe das Gefühl, das war für Nüsse. Oh, da. Das geht. Terrarium-Samen. No, ne. Also, hier lag. Ja. Okay. Geh weiter. Tau dich. Tau ha. Oh. Oh. Ah! Wir brauchen den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Okay. Was passiert jetzt hier? Was kann die? Das Auge des Sturms. Die Crew reist zu... Ach so, das ist Kapitel 2 jetzt hier nur. Jetzt nur erklärt, was wir hier machen. Ach, da geht's auch weiter. Okay. Hast du das gesehen? Das ist ein Durchdruck. Das ist ein Durchdruck. Das Kungus. Vermeide jeglichen Kontakt und bewege ich vorsichtig um die zentrale Kapsel rum. Der explosive Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner genutzt werden. Ja. Dann bewege ich mich doch mal vorsichtig drum herum. Da unten wird's scheinbar schwieriger. Bring ihn mal. Bumm. Okay. Hey. Ja. Treffer. Treffer. Ich hab mich gar nicht gesehen. Hey. Das ist noch so eine Kohle. Hä? Oh. Ah, interessant. Ach. Nur der Wind zieckt die Klappen. Stimmen Oh ja, hier, hier. Und früher? Was passiert denn jetzt hier? Hier wird immer weiter rumgeputzt. Ich drück mal weiter. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Oh, fast dann. Ja, ich muss die Kugel vor dem mittleren Windschacht platzieren. Ah ja, Rodeln. Alles okay bei dir? Freut mich. Bist du noch da? Ob die Kugeln was mit den Halterungen am Boden zu tun haben? Was denkst du, WD? Geht's mir einfach weiter? Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist. Noch eine Kugel. Geht's mir einfach weiter. Geht's mir einfach weiter. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Oh, okay. Ist das hier? Das ist schön. Geht's mir einfach weiter. Geht's mir einfach. In der Kugel sind ja auch so... Oh, so geht da. Geht's mir einfach weiter. Geht's mir einfach weiter. Da war ich dran. Geht's mir einfach weiter. Geht's mir einfach weiter. Geht's mir einfach. So geht das. Spannend. Bumm. Na dann. Ein Fähigkeitenpunkt. Geht es hier weiter? Nee, hier geht es erstmal nicht weiter. Kann nach einem Überkopfheber weitere mächtigen Angriffe ausführen. Verteidigung verbessert sich. Dadurch Angriffe weniger blockiert das Nehmer. Verteidigung kann ich gebrauchen. Bumm. Direkt aus und weiter. Okay, das gibt es von hier aus. Ich guck mal kurz das. Okay. Das ist glatt. Geht nicht weiter. Zertrampel bei Artefakte. Ist ja jetzt nicht so das Ding hier. Wir nehmen eine Kugel. Das klingt doch fast logisch, dass wir hier lang gehen sollen. Soll auch eine Kugel rein. Gib mal hier hoch. Ich guck. Ich guck mal kurz das. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Da gehen sie noch rein. Ahnst es nicht. Ihr verlangt dir Sachen von dem Ankerl. Meister. Meierhaut. Windy. Oh, fuck. Okay. Wird zur Seite gepostet, dann... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Blöde, das Mistviech. Stirb. Na, es ist wieder Wind nicht. Also spreng ich mal hier rüber. Bam. Geht doch. Oh, das ist eine fiese Kiste hier mit dem Wind hier. So weit. Ja, und zweimal lässt er mich hier nicht ausgeliefert. Geht's euch gut. Gut. No, gut. Hier raus, da rüber. Na, mal gucken, ob das geht. Ist ja schon wieder so ein... War echt zu langsam. Das wird ja spannend. Fuck. Ich bin mir gerade. Hm. 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 Irgendwas ist jetzt hier falsch. Einfach so noch. Ja, ich mache Pause und im nächsten Video meistern wir diese Aufgabe. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.